Robin, spiel bitte vorsichtig. Ja! Oh, Summer! Ich hab's dir doch gesagt! Sag mal, warum stellst du dich hier so an? Ja, was ist hier nur für Angestellte? Ach so, komisches Schild. Aber weißt du, hinter jedem Schild steckt eine Geschichte. Ah, okay. Also, ich müsste eigentlich gerade auch echt dringend mal... Oh, fuck! Das Problem, was ich habe, ich hab halt einen extrem festen Stuhl. Jetzt hab ich aber schon Hunger noch. Ja, ich hab hier direkt passenderweise dein Essen. Guck doch mal, Jammie hier im Tee und hier ist dein Quark. Ist sogar schon ein Löffel dabei. Ja, aber da fehlt jetzt aber auch noch Messer und Gabel. Ah, zicke! Kriegste! Warte! Ja, also das kann ich ja so wirklich nicht... Ja, danke! Da hau ich doch rein! Deine Schnauze! Schöni, guck! Was machst denn du da? Ich mach hier ein schönes Spiel. Guck! Backer, Backer, Kuchen! Guck! 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 Was? Der Brief aus dem Krankenhaus. Was? Du hast ein Problem. Was? Was für ein Problem? Räuma! Ja, räum mal dein Zimmer auf. Also... Wie sieht denn das hier aus? Ach ja, jetzt mal einen kleinen Schlenderman durch die Stadt machen. Na, da bin ich aber überrascht, wie diese Geschichte ausgegangen. Ja, ich war ja neulich an der Arktis. Das ist wirklich ganz kalt. Da muss man in den richtigen Raum aus sein, um das zu überleben. Aber es lohnt sich, weil hinterher sieht man auch mal den Polstern, ja? Und man kann ja so eine dicke Jacke anziehen. Da hat man so einen Schutz gegen die Kälte. Sehr gut! Ach Robin, guck mal. Das Haus hier ist in der DDR gebaut worden. Ja? Ja. Baufest. Das ist das Best. Wie stehst du da? Ach ja, Weimar West ist der Best. Oh, sag mal. Ja. Das ist doch dein Laden. Ja. Weimar West ist echt super trostlos. Das ist echt... Das fühlt sich an wie ein Pripyat oder so. Hier gibt es keinen Stuhl, wo man sich mal hinsetzen kann. Der Spielplatz hier ist total trostlos. Ekelhaft. Ja. Wie eines Bob Marley schon sagte. No chair, no spiel. Naja, lieber weg hier, oder? Ja, also normalerweise würde ich mich auch sehr fürchten, ja. Aber Gott sei Dank ist hier gut für die Zeitpräsenz vorhanden. Ähm. Ja. Hast du da Spaß an diesem Grill? Hey, 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 hey. Wir sind hier in Ostdeutschland. Das ist ein Rost. Rost! Rost! Rostdeutschland! Und? Hier ist Scheiße im Buhl. Schwarzer Humor. Voll gut. Und hier haben sie HIV falsch geschrieben. Ja? Ich hab einen neuen Commander. Echt jetzt? Was für ein Commander? Hat sie nicht Hackball? Nein, die Leppen. Mach nochmal. Polazai. Robin, sind hier deine Nudeln mit Gorkon Sola oder was ist da drin? Ja, 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 ja. Gorkon Sola. Oh! Oh! Oh, fuck! 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 Wo sollen wir hin? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, was wir tun sollen. Oh Gott! Leute, Leute! Da ist eine Weggabel! Ah, ne, warte. Unter jedem... Ich dachte, du sagst. Ja, also... Also... Ne, ich weiß auch noch nicht. Zehn von zehn.